The objective is not to make more debt in Europe, the objective is to allow our economies to grow, to generate jobs and to generate wealth while we keep debt low in Europe. Eine gemeinsame Währung zu haben bedeutet zwangsläufig, dass sich alle Mitglieder dieser Währungsunion in Verantwortung für die Stabilität der gemeinsamen Währung stellen müssen. Dazu gehört zunächst und ganz zuallererst eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik. Das ist die Idee des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Fiske rules can easily spill over and can affect economy of all EU. So as the consequence we should avoid countries getting into fiscal crisis. La primera, establecer sendas fiscales individualizadas para cada país teniendo en cuenta la situación de sus finanzas. La segunda, prestar más atención al crecimiento. Y la tercera, adherirse al medio plazo mucho más que al corto plazo. We also must acknowledge, of course, the growing demands on our states, as we've seen in recent years, but also create mobility and opportunities for everyone. We are now pivoting to a completely different world and we need to focus collectively on economic resilience and security without abandoning competitiveness perspective. Und Investitionen in den Green Deal dürfen auch jetzt von den Mitgliedstaaten nicht als Ausrede für neue Schulden verwendet werden, denn wir haben bereits in vielen Bereichen Mittel dafür bereitgestellt. This is why we as EPP Group say very clearly, our economies need to grow faster than our debt grows.